Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days today mit Minikabien, Wars of Mod und anmachen. Wie immer. Äh, gut. Ähm. Hallo, Toni. Wir sind jetzt dabei, äh, die Tesla spulen. Wenn die irgendwann mal fertig werden. Los, fährt doch mal fertig, Mensch. Ich will das doch fertig machen. Mann, 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 Mann. Naja, gut. Die Politatur ist fertig. Dit ist aber gut. Gut, dann werden wir schon mal die nächsten Poller aufwerten. In der Zwischenzeit dürfte da eh ne Spule fertig sein. Oh, Alter, wenn ich überlege, dass ich den ganzen Käfig da oben auch noch... Naja, gut, der ist ja nicht so, dass der des Angriffes würdig ist. Also normalerweise sollte es nicht sein, dass sie den angreifen. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Das sollte nicht so sein. So. Naja, gut. Äh, den jetzt. So, dann kann die nächste Spule auf. Dann fehlt hier bloß noch eine und dann ringsherum. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe eins, vier mehr gemacht. Sicher ist sicher. Warte, hast, hast du. Warte, Christ, weißt du ja nicht. Schönen Tag. So, warte, ja, 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 ja. So, spür ich ihn. Spür ich ihn mal mein Lied. Naja, ist ein bisschen versetzt oder so. Können sie nicht entkommen. Naja, gut, dann war Zickzack, wa? Ich würde mal sagen, von der Knüfte an Zickzack. Ach nee, das kann ich dir nicht machen. Ich muss ja für den Schocker eine extra, äh, Dings, äh, Scheitermäßig machen. Und zwar aus folgenden Grund. Ich will ja nicht, dass die, äh, dass die hier an sind, wenn die an sind. Weil die habe ich ja dauernd an. Das wäre ganz dumm für mich. Maximal. Und ich habe kein Eisen mehr. Das ist maximal Bescheid. Maximi, maximal, maximal. So, sag mal, du hattest doch auch noch die eine oder andere Sache, sag ich doch. So, jetzt ist mein Inventar natürlich wieder ein bisschen... Hier fü- Das hat ja diesmal funktioniert. Was ist denn hier los? Das ist, äh, sehr merkwürdig. Ich bin's gar nicht gewohnt, dass Sachen funktionieren. Achso, sind nur ja keine weiteren in der Mache. Macht Sinn, wa? Wenn nix da ist, kannst du nix machen, ne? Da machst du erst mal nix. Haha. Gut. Äh, ich würde mal sagen, der nächste Stahl in Kumi... Ne, Titan, wa? Hä? Was schreibe ich denn da? Komm, Exo, oder wat? Was werde ich denn jetzt machen? Ich wollte... Ach, ne, dann brauche ich ja Ditte. Stimmt. Warten wir mal ganz kurz. Con... Conchita. Wat? Genau. Genau. Ich brauche Titanen und dann brauche ich, äh, Kupfer. Ahren. Jawohl. Also. Brass Pit. Na, ich wollte dir hier eigentlich für Munition lassen, ne? Oder wollte ich hier für Munition lassen? Eben sollte ich für Munition lassen. Ich frage es jetzt, wo? Hier ist schon mal Messing drinnen. Aber nicht genug. Naja. Ich brauche es ja. Was ich habe, habe ich. Was ich kriege. Das ist doch nicht. Habe ich doch gesagt. So, das ist jetzt hochleer. Na? Wird das heute wieder an der Stubenhock voll hier, oder wat? Ich weiß es noch nicht so ganz. Also, die Plante sind nicht... Na, wann funktioniert mal, wat ich plane? Da plane ich immer noch. So, warte mal. Das ist jetzt... Na, wie ist wat? Machen wir jetzt noch die 2-3-Fertig. Ha! Hab's gewusst. Ja, ja, gut. Warte, machen wir unser Inventar leer. Dann machen wir noch eine Quest. Oder 2. Oder 3. Oder 12. Es dauert ja trotzdem noch eine Weile, bis das Tier alles fertig ist. Und ihr schafft das schon alleine. Ihr seid ja schon groß. Alles gut. Ja. So, machen wir das. Dann kann er erstmal in Ruhe produzieren. Oh! Ich war ein ganz kleines bisschen erschrocken. Ganz kleines bisschen. Ähä. Nichts passiert. Oh nein. Ich hab jetzt nicht... Ich habe jetzt nicht... ...in meinen Schiss... ...meine Nare-Pistole geschrotet. Das ist jetzt nicht passiert. Nee, da ist sie ja. Oh, ich hab jetzt... Oh, Junge, Junge, Junge. Mach doch sowas nicht. Blöde Misti. Dafür kommst du bei mir. Äh, da, du kommst in Aserwartenkammer. Der zeigt dir. Junge, 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 Junge. Kasse dich. Und zwar im... ...brünst dich. Spür meine volle Gewalt. Blöde Kuh. Aber echt, ey. Bildet die sich ein. Blöde Klappe. Miene-Zauber. Und für was sind die Minen da? Hat die gerade Pause, oder was? Gut. Die sind ja... Die ist ja nicht über die Mine gelaufen. Aber trotzdem. Das prange ich an. So. Hier noch geprangert. So, wenn jetzt noch so ein Vieh kommt, tut, Alter. Ich grotter die aus. Für eine lange, lange Zeit. Wo hab ich jetzt... Also, irgendwann muss ich doch geschrotet haben. Wo kommen denn die, äh... Die Parts her? Wo hatte ich die durch Uschi gehabt? Boah, ich grieße es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Da lang. Ich brauche einen Schocker. Nee, ich brauche keinen Schocker. Ich brauche... Ich brauche einen Schalter. So rumhäte ich. Schaltet doch mal! Ich hab irgendwas da nicht gehört. Irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Ja. Da ist doch schon mal das im Busch. Irgendwas, was war eben da gewesen. Das hat sich ganz komisch angehört. Habt ihr geschossen? Nee, hier ist nicht geschossen. Hä? Da war doch was. Ich schwöre, da war was. Ich hab's mir nicht eingebildet. Ist so glücklich. Aber hier ist ja nichts. Ah, doch. Da hat Hühnchen. Na, ich will schicken. Bist ein bisschen Luft gejagt, wa? Äh, ihr Jangen, mein Ding. Da hat's Bums gemacht. Dat wartet ihr euch. Ist so selten, dass ihr gerne mehr wisst, wie es sich anhört. Hui. Ulla. So, jetzt muss ich bloß noch überlegen, wo ich den tuften, knuften Scheiter hinmache. Weil der nicht gleich, äh, zerlegt wird, ne? Zerlegen ist nicht gut. Mach den hier hin. Hier ist er doch vom Sprengradius erst mal zwei Zentimeter entfernt, oder? Lattet knacken! So. Yippie, aje. Na denn? Äh, da lang. Folgen Sie mir, ich kenn mich aus. Das hast du jedes Mal. Das ist nicht so gut. Ähm. Spüre da Verbindungsprobleme. Ha! Ausgetrickst. Ausgetrickst. Ne, da muss ich mir was überlegen. Mal überlegen. Wenn ich ganz knapp so mit meinem Schlüppchen an das Ding kratze. Ach, du willst mich doch verorschen. Das Ding ist doch nicht... Ist doch nicht. Weiß ja, ja. Ich bin ja mit der Sprung-Extreme. Siehste? Und auch nicht. Doch, jetzt. Naja, gut. Ich hab... Ne, warte mal. Das machen wir anders. Äh, kann ich das nochmal... Das nochmal kappen? Kapp das doch mal. Na, geht doch. Das lenke ich jetzt da rüber und dann da und dann da und dann da. Dann hab ich doch viele... Dann hab ich doch viele mehr von. Sag ich jetzt mal so. Ich hab das gekappt, wa? Hallo. Na, geht doch. Sag mal, mach ich hier einen Fehler oder wat? Hä? Wat ist denn wrong mit you? Der will das nicht. Warum will er das nicht? Hä? Das muss doch funktionieren. Jetzt bin ich aber confused. Ich weiß es nicht. Ach, leck mich doch. So, nochmal. Jetzt funktioniert es. Jetzt hüpfe ich hier ruf. Ist immer noch verbunden. Ich hüpfe hier. Ist immer noch da. Jetzt juck ich mir meine Nase. Ist immer noch da. springt hier runter. Gibt es immer noch da. Jetzt verbindet es. Jetzt ist es immer noch da. Vielleicht war es doch immer da, aber ich hab's nicht gesehen. Immer da, immer da, immer da. Da! Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ah, siehste. Ich hab's nicht gesehen. So wird ein Schuh draus. Ich hab den Dreh raus. Da dreht sich einfach bloß hier rum. Haha. Oh. So, jetzt. Jetzt sind es nämlich, äh, mehr. Wisst ihr? So eins, zwei, drei, vier, fünf sind es nämlich jetzt. Ha! Mehr Schockeritis. Dat ist ja mal schockiert. Dat wird nice. Und dann kommt nochmal ringsherum. Und dann sind sie so oder so tot. Also das ist noch nicht mal gelogen. Die sind ja tot. Das sind ja Zombies. Den werde ich immer machen. Und wenn's euch gefällt, Däumchen, Träumchen, die Feieressen. Ha! Und abonniert den Kanal. Jetzt hab ich's eingebaut. Wieso? Hä? Warum hast du jetzt Hunger? Durst. Das ist jetzt meine Wurst. Ähm. Gut. Dann würd ich mal sagen, dann lass ich dem mal den Rest machen. Ich versuch jetzt erstmal mein Inventar leer zu machen. Und dann holen wir uns ne Quest. Dann wird wieder rumgeballert. Voll nach Regel. Na, welche Regel? Keine Ahnung. Ich wolltet einfach bloß sagen. Es war einfach wieder da. Also, bis gleich. Na? So. Da sind, äh, bin ich wieder. Äh, jetzt packe ich bloß noch schnell was zum Essen und was zum Trinken ein. Weil, wie ihr sagt, Ach nee, Essen hab ich ja, Trinken hab ich ja auch. Siehst du? Naja, gut. Haben ist ein bisschen übertrieben. Äh, warten sie mal. Ich nehm hier jeden so ein Stack mit. Dann passt das schon. Ich hab jetzt auch ein paar Sachen mit, die wir denn verscherben können. Hab ich gedacht, das ist ne gute Idee. Hab ich Benzin mitbekommen? Natürlich nicht. Nach Hause kommen ist aber auch geil, wa? Also, da sollte ich schon mal ein bisschen vorsorgen. Also, ein bisschen Benzin kann nicht schaden. Ist ja nie so, dass ich unter Benzinmangel leide. Ich leide. 18 Uhr. Von Wille an der Nachtschicht. Hau uns rennen. Ich mach mit ihm Tür zu. Ich save euch mal ne Runde, ne? Safety first. So. Oschi? Bist bereit? Repariert hab ich dich. Ganze Wille hat's wie immer gegen dich. Äh, wieso? Machst du noch? Naja. Äh, ihr wisst ja, selbst Wahnsinn und so, ne? Äh, Wahnsinn generell. Wenn man mit sich selbst spricht. Aber da tue ich ja nicht. Ritt ja mit euch. Siehste? So kann ich mich jedes Mal rausreden. Ich bin nicht verrückt. So. Ähm. Erstmal Sachen verkaufen, würde ich sagen. Brauch mal, hab ich nen Motor mit. Hä? Er macht schon will er Dinge. Unerklärbare Dinge. Unerklärbare Dinge. Ah, siehste. Ich bin ein bisschen flüssig. Flüssig. So. Äh. Mein Businesses, gib mir meine Quest und quack mir so viele. Ja, 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 ja. Ja, ich bin doch schon weg. Krieg ich das denn nicht mit? Ich glaub, die ist kurzsichtig. Oder so. Na, wenn du das saßt. Oh. Zombies weg, mit Natzen, das mach ich doch gerne. Ich bin der Natzer. What? Hallo, du. Ja, ich versuche grad... Oh, drei... Ach nee, ist ja schon wieder... Ist ja vergraben. Ich will nicht mehr graben. Ich hab ne Grabophobie. So. 900 Meter, Uschi. Dit is um ne Ecke. Dit is alle kem Problem. Munition, Reparierpakete, Benzin, und so is alles da. Is alles korrekt. Jo, äh... Es war knapp. Ich hab schon... gespürt, wie die Gummierung der Reifen weggeschliffen wird. Habe ich schon mal gesagt, dass mein Kanal abonnieren kostenlos ist? Ich wollte bloß nochmal erwähnen. Ne, ne Mitgliedschaft könnt ihr auch noch machen. Das hab ich nicht erwähnt. Ha, siehste? Es war nicht kostenlos, aber ihr unterstützt mich. Und zwar extrem. Deswegen schon mal danke. Kommt in den Club. In den Club der Coolen. Hä? So, ähm... Ne, wie ihr sagt. Würde mich freuen und die ganz große Dankeschön. Und zwar an die, die schon die Macht haben und die noch dazu kommen werden. So, wir haben unser Ziel erreicht. Ja, mal kicken, wo ich hier parke. Das werden die jeder sehen hier. So, ich würde mal sagen, hier am Hydranten. Wird ja jetzt keine Art vorbeikommen. Tatütatatata! Auto abgeschleppt. Schönen Tag. So, die Autos nehmen wir mit, Blaber. Wie gesagt, haben und brauchen. Und außerdem sind die ja eh gleich wieder da. Und nämlich zaubern. Pass mal auf. Warte mal. So. Abra Calabra! Autos wieder da! Siehst du? Hat funktioniert. Voll krass, wa? Ich hab's drauf. Und ich kann's auch gleich wieder verschwinden lassen. Ist noch krasser, wa? Voll krass. Zwei. Drei. Drei. Rapparierpakete. So, jetzt müsste ich in in diese Gebäude oder in das nächste. Das wäre sehr klein, wa? Geschafft. Fest durch. Na, das war ja mal einfach. Wo ist denn die andere? Wann der jetzt hier rum, oder wat? Machen wir jetzt haschmähig in der Frühling, oder wat? Du, ich habe fast unbegrenzt Munition. Ich würde das ein bisschen überertrieben, aber das weiß ich ja ja nicht. Ich glaube, jetzt kann ich das Auto abbauen. Ich glaube, das ist jetzt tot. Es wird sich jetzt nicht mehr verteidigen können. Man muss vorsichtig sein. Ganz gefährlich, die Viecher. Warte mal. Nimm mich hoch mit. Hoch mit. Alter, ich habe schon wieder Batterienangroh, wa? Klein machen. Spart Platz. Hast du ein bisschen Schwund. Aber du bleibst raus ja trotzdem. Wie ist der? So. Ja. Achso, und eine kleine Vorwarnung. Es könnte wieder zu Geräuschen nebenbei kommen, weil die sind am Bauen. Immer noch. Die sind noch ein bisschen am Schrauben. So. Ich gehe mal davon aus, dass alle Bedegebäude dazu gehören. Also, nehme ich hier alles auseinander. Ich habe ja auch noch die anderen Munition und davon habe ich ein bisschen mehr. Mal gucken, ob wir davon ein bisschen mehr haben. Hallo, sie. Das musste sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Alter! Munition des Todes. Wenn man tritt. Wasser statt, klasse. Hey, dankeschön. Ein Präsent. Wurde mir gerade präsentiert. Was wird es mit hier los? Ich höre da immer noch jemanden. Wer ist denn da? Achso, ein Fialo. Naja, die gelbe ist aber auch nicht mehr so. Äh, das ist ja keine gelbe. Stimmt, ja. Ich nehme mal die andere Munition belach. Ich brauche einen Vergleich. Was denn? Was ist denn hier los? Aua. Mensch, Mennini. Ja, gut. Kann schon sein, dass es ein Unterschied ist. Das macht doch Sinn, ne? Unterschiedliche Munition, unterschiedliche Stärken. Na, ich glaube, ich habe es durchschaut. Was? Du hast mich gerade in meinen Fuß gestört. Das macht mal nicht. Das das mal Sinn. Also, für das nächste Mal, meinet ich. Oh, ich kriege was. Äh, warte mal, da habe ich einen Allzweckschlüssel, der sollte, äh, das Problem lösen. Gelöst. Na ja, gut, warte mal, ich hatte aber auch noch da. Aber es ist nicht, äh, schrutzemäßig. Also, wir haben es immer noch nicht, ich kann immer die Quest, immer noch nicht durchmachen. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Immer noch nicht. Das konnte ich auch schon mal besser. So. Jawohl. Jawohl. Oh, ein Kuchen. Der wird gleich mal inhaliert. Ich habe eine Junge auf Kuchen. Und ich habe nichts da. Schande auf den Haupt, äh, aufs Haupt. Weil hier ist auch nichts. Boah, jetzt so ein schöner Kuchen wäre aber auch schon, ja, schon lecker, wa? Oh. Ich glaube, ich muss nachher nochmal los. Ja, ich bin eine Naschkatze, was soll's. Gib's auch zu. Ich kann damit leben. Ich mag sowas. Da braucht man sich nicht drüber schieben, wenn man sowas mag. Ja. So. Mann, ich brauch doch hier, äh, schrutzen Zeug. Alter, was für ein Loch. Verschlossen. Bierossen. So, ich muss aber noch. Hey! Hier kann man eine Tür öffnen. Also, wenn sie noch da gewesen wäre. Ist er, aber, nicht. Aber will er zurück? Es ist immer besser, wenn man die Witze zwiemer macht. Mann! Der war so schön geplant. Du bist immer rein. Oh, dafür habe ich dein Kopf. Ah, so kann man deine Intelligenz sehen. Es sind die Fälle vorhanden. Aber bist du auch tot, kann ich dir nicht vorwerfen. Hallo? Hallo? Das ist ja schon mal zerklürrt. Klürrt. Aha, hier kommst du also hoch. Die Tasche ist auch tot. Äh, so. Die wehrt sich nicht mehr. Lalalalalalalalala. Lalalala. Kabin ist da. Immer da. War ja klar. Einschub. Oh. Da oben drauf? Äh, Tatsache. Krass. Muss ich bloß noch mit meinen Parcours-Skills in Einklang bringen. Die glaube ich doch nicht. So, jetzt müssen wir es hier bloß noch sauber machen. Alle Zombies wegballern. Reingelegt. Na ja, gut, ja. Jetzt nach oben. Hier jetzt nach unten. Scheißendreck. Alle nochmal zurück. Na ja, vielleicht habe ich hier auch ihn übersehen. Ganz gut, dass das passiert ist. Das war natürlich so geplant, ne? Also, ihr wisst ja Bescheid. Gib mal, da ist ein Füß. Da sind Zombies. Hallo? Ja? Stehen sie nochmal auf? Oder bleiben sie liegen? Ist mir eigentlich total egal. Wer ist denn da? Rombo? Was denn? Wo denn? Da oben drinnen? Nee, das kann nicht sein. Hier, wa? Ich bin gestürzt. Hilfe! Mann, hier ist ja alles. Turrös. Alles kaputt. Aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Oh. Staff. Schöne Part. Das kann man noch nutzen. Also, wenn noch Wasser da ist. Ach so, ich wäre jetzt hier. Ach so. Ach so. Oh. Hm. Hä? Toll. Ich muss jetzt da lang. Nee. Ach, das war es schon gewesen. Ach so. War ja einfach. Gleich noch einer. Äh. Ich wollte jetzt gerade sagen. Ich hab da auch drei genommen. Weil es sind ja vier Händler sind da. Aber der innen ist ja schon auf fünf. Deswegen haben wir den noch nie genommen. So, äh. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh. So. Uschi. Ach, die ist natürlich wieder auf der anderen Seite. Immer wenn ich dich da brauche, bist du da. Immer da. Immer da. Immer da. Immer da. Ja, ja, ja. So, und noch eine schöne Quest. Ui, 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 ui. Erstmal ein Dreh. Mann, ich hab's voll drauf. Überall gegen zu ditschen. Das kann ich. Durch eure Hilfe. Schließlich habt ihr mir die Mod vorgeschlagen. Ja, so ist it. Ihr seid schuld. So, Fronten geklärt. So, äh, ich würd mal sagen, Rinder. Oh, äh, da meine Hand ist schon da am Eingang. Er war jeweils tätig. Er wollte hier, sie wollte jeweils tätig werden. Da bin ich mir ganz sicher. Hallo, hängen sie fest, oder wat? Ja, toll, jetzt treff ich nicht mehr, oder wat? Dit war ja mal wat typisch. Warte mal, ich muss erst mal mit Schmuggi. Ich muss doch erst mal ihn bedienen. Ja, steck doch fest. Muss ich doch machen, Mensch. Kannst dich doch nicht hier einmischen. Das geht doch so nicht. so, aber dann weiß ich, dass hier so, ums Dach ist. Haha, bin ich drauf reingefallen. Ganz und gar nicht. So, jetzt ab in das Haus, wa? die Munition macht's möglich. Ich frage mich, ob jetzt die Schäune auch dazu gehört. ich muss ja einfach bloß hier rumballern, wenn ich da irgendjemand sehe, der hier aggressiv wird, dann weiß ich, dass das dazu gehört. Oh, hier ist aber keiner. Da ist ja niemand. aber geht ja noch nach oben. Klappe zu, Affe tot. Hallo, Buch. Das buch ich. so. Ja, die Tür hat dazu. Na, wer ist schneller? Du. Du hast die wonnen. Gewalt. Immer da, wo es knallt. Ich kann da drüben welche übersehen? Wie kann das passieren? Das ist ja auch nie möglich. Ich bin doch so gründlich. Achso, in die... Gut, dann hat sich meine Frage schon erledigt. Ja, diese Scheune gehört dazu. Oh, da ist ja auch der ganze Stuff drin. Und die haben es viele Fässer. Ich weiß, ich kann da nicht einfach... Aua! Wer packt denn das Bike hin? Das ist ja gefährlich, das ist ja gefährlich, das ist ja gefährlich. Was war denn das? Die Quest ist doch aktiv, oder? Ja, ja, die ist ja noch da. Globig. Wie komm ich denn da jetzt rin? Na gut, sonst würde der Rotan jetzt echt werden. Also, ich kann ja auch springen, stimmt ja, da war ja was. Haha. Alle Tüte kommen von oben. Und zwar ecke. Haha. Wann wartet doch mal. Bewegt euch doch nicht so viele. Das kostet wieder Munition. Ich bin vorbereitet. Wartet an ihm. Oh, hier sind auch noch welche drin. Na denn, wa? Knacken wir das mal. Seht euch nicht. Da seid ihr. Da seid ihr, ne? Na denn. Mal sagen, die hab ich denn erstmal fachmännisch auseinandergenimmt. Ein Buch. Ein schönes Buch. Das ist das schönste, was das gibt auf der Welt hier. Ein Huhn. Wie kommst du nur jetzt von draußen? Kein, ich weiß, Munitionsverschwendung. Aber die wächst ja nach. Äh, das war doch, wa? Na ja, dann würde ich erstmal sagen, das fachmännische Looten hat begonnen. Und es wurde nach. Meistens kommen sie nach. Hey, noch ein Kuchen. Ist ein schöner Tag heute. Komm. Ich befreie dich. Siehste, ich bin netter. Das hätte auch eben schief gehen können. Für ihr. So, äh, war das jetzt? Ne, hier ist ja noch ein. Das stimmt ja, da war ja noch was. Oh, noch eine Trommel. Da kann ich ein bisschen in das Trommel klatschen. Ah. Ja, gut, besser wären die nicht. So, warte mal, ein Laserpointer. Ja, gut. Ich will da ein bisschen Platz gespart. Und dann passt das auch, oder? Na geht doch. Ich würde mal sagen, das wäre doch heute ein guter Tag, war das. Ja, Freier kann ich dich nicht lassen. So, ich verkrümmel jetzt da oben hin, mach eine kleine Pause. Wir werden jetzt morgen erstmal die anderen Questen fertig machen und dann gucken wir mal, was war da raus, holen an. Dafür sagen wir mal, habe ich jetzt Licht an oder habe ich, ne, der Laserpointer. Ähm, ja, ja gut. Also, haltet die Ohren steif, ich bin dann erstmal raus. Schön, Sikowski, hauen sie rin, machen sie einen schönen Tag. Bye, bye, adios. Ich kann mal dann nicht aufhören. Also, bis denn, tschö.